Servus und grüß Gott. Es geht um das große Vertragen. Viele Leute haben gesagt, Dieter, warum machst du keinen Oktoberfest mehr? Ja, wir haben die Metzgerei vergrößert. Wir haben also keinen Platz bei uns mehr. Wir haben also keinen Biergarten mehr. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache kein Oktoberfest mehr. Ja, aber immer mehr Leute haben gefragt. Und ja, und warum nicht? Ja, da habe ich mich mit meinem Freund Max zusammengesetzt vom Brickhaus in das Heu-Song-Pan in Odontani. Der hat also das Brickhaus und das Irish Clock, könnt ihr hier unten sehen, Google Map, Irish Clock und Irish Pub. Hinter dem Restaurant hat er ungefähr 800 Quadratmeter große Fläche, die also jetzt geschmückt wurde. Er hat einen Grill von mir gekauft. Und wir haben so ein bisschen beim Bierchen gesprochen, weil die Leute immer gefragt haben, Oktoberfest, wir machen ein Oktoberfest zusammen. Diese Werbung, die hier ist, die ist nicht richtig und da steht nochmal oben drüber, Irish Clock mit Schweinedieter zu Oktoberfest. Ja, also, wir machen also ein Oktoberfest. Am Freitag, den 25. Oktober, Start, 15 Uhr. Wie auf dem Foto hier ist, der Norbert, der ist nicht da. Es ist eine andere Kapelle, eine Zweimann-Kapelle aus Patea kommt. Und wir hatten erst gesagt, ach komm, wir machen drei große Fernseher hin und machen die Musik über den Fernseher. Und er sagt, wenn wir was machen, dann machen wir richtig, auch wenn es Geld kostet. Also habe ich angerufen, eine Band in Patea, die aus Bangkok spielt, in Chiang Mai überall. Und die haben wir also gebucht. Wir wollten erst zwei Tage machen, den Freitag und Samstag. Und wir wissen es noch nicht. Wir haben gesagt, wir bleiben mal einen Tag, wenn es gut. Wenn viele Leute sind, können wir einen zweiten Tag noch nachmachen. Normal hatte ich ja bei mir immer zwischen 180 und 120 Leute. So, und jetzt haben wir also angefangen, bei dem Max seinen Biergarten aufzubauen hinten. Und der wird auch fertig. Und wir haben es so vereinbart. Ich mache das Essen. Es gibt Schwein vom Grill, nicht vieler, so ein 50 Kilo Schwein. Ein bisschen kleiner Schwein. Und wie ihr seht, gibt es Buffet. In dem Buffet ist also das Schwein. Grillschinken, Spießbraten, Leberkäse, Bratwürste, Kartoffelsalat, zwei Sorten mit Mayonnaise und Bayerischen. Nudelsalat, Krautsalat und noch ein Salat. Plus Thai Food, zwei Sachen. Weil viele sagen, ja, meine Frau isst ja nicht alles. Für die Frauen gibt es auch Thai Food. Es ist alles in dem Buffet drin. All you can eat. Du kannst essen, so viel du willst, bis der Platz dreimal hingeht. Kein Problem. Fleisch und Wurst habe ich genug da. So, und ich kümmere mich ums Essen. Und der Max stellt das Personal. Natürlich alle im Dirndl. Ja, und ich natürlich in Lederhose. Ja, und der Max vielleicht auch. Ich weiß nicht, wo mein Wackelhut ist. Ich habe aber noch ein paar neue bestellt, dass jeder Angestellte einen hat. Ja, meine Frau wird also nicht mitarbeiten. Sie macht zwar das Essen, aber sie wird bei dem Fest als Gaster sein. Ja, und jetzt geht es darum. Der Preis. Wir haben also überlegt, was wir machen. Wir machen einen Preis all you can eat plus ein Getränk. So, 580 Bat. So, 580 Bat. Für Essen, so viele Wildschwein, Bratwürste, Leberkäse und ein Bier oder ein Softdrink. Manche nehmen auch kein Softdrink. Und dann kamen gleich wieder die Wüsche. Das ist aber teuer. Wenn ich denke, dass ich in Deutschland für den Schnitzel 800 Bat bezahle und hier kann ich essen, was ich will, für 580 Bat und kriege noch ein Bier dabei. Ja, und die Musik, ja. Ich muss ja auch erstmal hin und zurück 1300 Kilometer fahren. Da müssen wir das Essen 100 Hotels für die bezahlen. Da muss ja alles im Preis drin. Und das ist also, glaube ich, ein richtig fairer Preis. 580 Bat. Ja, also, die 580 Bat sind den Ticket vor Verkauf. Also, ich werde euch also meine Webseite einblenden. Auf der Webseite kann man Wurst kaufen, aber da ist auch das Ticket drin fürs Oktoberfest, für wie viele Personen ihr kaufen wollt. Und so, wenn ihr dann kauft, da ist kein Minimum weiter Wurst, habe ich Minimum, müsst ihr 2000 Bat kaufen. Wenn ihr alleine kommt oder zwei Personen, gebt ihr an, zwei Personen, klickt ihr an, schickt ihr ab, kriegt ihr die Rechnung und ihr bezahlt. An der Abendkasse kostet das 100 Bat mehr. Bei Walk-In, also nicht der Abendkasse, Nachmittagkasse, weil wir müssen ja auch ein bisschen vorkalkulieren. Und wenn dann Kurzentschlossene kommen, ist das eben teurer. Und ich denke mal, für 580 Bat, Live-Musik, Holzsägen, Mitspiele dabei, Holzsägen, Polonaise, Schubladen, ja, Fassbier haben wir. Also, Leo-Fassbier, Schank-Fassbier. Der Max wollte Weizenbier-Fassbier nehmen, habe ich gesagt, das machen wir nicht. Qualitäts, die damit nicht umgehen können, die zapfen vor und machen Schaum und dann schmeckt das Bier nicht. Also gibt's Weizenbier vom Fass. Ach, und ich lass mir dieses Weizenbier nochmal spretten. Ja, und so können wir uns auch vertragen. Am 25. Oktober, ab 15 Uhr. Im Irish-Glock, hinten durch, im Restaurant durch, ist der Biergarten. Also die Bedienung, werden euch sagen, ihr werdet die Musik hören. Es wird alles schön, wie auf dem Oktoberfest, geschmückt. Ja, und das Foto ist hier auf der Seite von meinem Buffet. Und das gleiche Buffet gibt's auch. Bis zum Platzen könnt ihr essen. So viel, wie ihr mögt. So, Bier müsst ihr nur natürlich bezahlen. Stimmung ist angesagt, der Magu freut sich schon, er singt auch ein bisschen. Also, es wird hier richtig die Post abgehen. Also, wenn ihr in Udon seid, geht da eigentlich in Irish-Glock rein oder im Brickhaus. Ihr könnt euch da anmelden und bezahlen, ein Ticket kaufen. Oder auf meiner Webseite, wird nachher eingeblendet, könnt da rein. Und da nicht vergessen, am 25. Oktober gibt's ein Oktoberfest. Und bucht vorzeitig. Wenn voll ist, ist voll. Wir haben also nicht endliche Kapazitäten. So, früher kamen die Leute von überall aus, konnten wir kennen. Von Bangkok kamen welche, nicht nur wegen Oktoberfest. Da haben dann, weil die Frauen von hier kamen mit dem Familienbesuch dann gleich verbunden. Ja, und viel Spaß dabei. Gute Musik. Ich gehe also am Wochenende, am Samstag bin ich auch da. Die spielen in Pattaya, da bin ich auch da. Vom Pattaya gehen die nach Shanghai, die spielen also überall. Ja, und dann würde ich mal sagen, wenn ihr euch vertragen wollt und ihr seid hier, kommt vorbei und wir vertragen uns. Tschüss, bis aufs nächste Bierchen.